Du, ich glaube, die war eine Mauer. Was? Manu, da brauchst du auch noch für die Linie. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Die war eine Mauer, mitten durch Berlin. Vielleicht stimmt das ja auch gar nicht. Ich stehe jetzt mitten in Berlin vor der Einsatzzentrale der Volkspolizei, nachdem ich die Sektorengrenze entlang gefahren bin. Drei Stunden noch bis zur Grenze. Los, alle aussteigen! Aussteigen! Wenn wir jetzt nicht aussteigen, ernst, dann sehen wir Werner vielleicht nie wieder. Fakt ist, wir steigen heute alle vier aus diesem Zug. Wir sehen uns wieder. Papa will im Besten bleiben. Richtig. Was? Wir haben drei Leichen, unklare Todesursache, euch junge Männer alle gesund. Die einzige Verbindung an Orzen und Schwaben. Wird das jetzt ein Verhör? Du hast was. Ich hab dich mehr geliebt als meine Mutter. Sag mal, kapierst du's nicht? Die sperren uns gerade ein, dein Vater und seine sauberen Genossen. Er kann Mutti nicht allein lassen. Wirst du, was Mutti sagen würde, wenn du wegen ihr zurückgehst? Seine Tochter kommt wieder. Glaub mir. Was soll das heißen? In drei Jahren holst du Gold, das verspreche ich dir. Uns läuft die Stoppuhr. Das schaffen wir nie bis zur Grenze. Kein guter Tag. Nee. Das ist kein guter Tag. votes vermmm. Ich war jaак. Ich war jaun. Wer Lebensregelbetriebe. Das ist kein guter Tag. sitting. Ich war jaun. Schön und Ott. hovah赤, ist ein bes wireder Flint. Ich war jaunisch auf undت рукachen. Ich war jaunisch von reorganizz самых vierig organizz couldern. ich war jaunisch von bliss. Ich war jaunisch von Menschen in Einstzschuk. Untertitelung des ZDF, 2020